Herzlich Willkommen zu weiteren Feuerwerk bei today oder so na dann aber hier mal nachschauen ein Hut ein stabiler Schrank aber ich kriege ein bisschen XP ja und kaputt wir mal zurückgehen und wissen da hat noch ein Dach wohnen aber wir sind immer nicht kantenfähig das heißt wir müssen jetzt zurückgehen sind die Tat überladen mit 15 das heißt schon was hier waren wir auch nicht fertig hier kommen wir mal her aber wie man sieht ich gehe sehr langsam sehr träge wir haben 15 Schuss das heißt 15 mal gut treffen davon kann man nicht ausgehen Dachsack ist voll also gewaltig ach da oben kommt Licht rein ach so so der Raum ist auch nicht sicher ja hm ja hm hm gute Frage ne da sind nochmal 6 Schuss Bohre die Bretter brauche ich das ist hier auf keinen Fall das brauchen wir auch nicht Steinachs oben wer singen Dings da genau Eisenbrustpanzer legen wir da rein Eisenstiefe Creme die brauchen noch eine Kiste bauen und war auch nicht hier und war auch nicht hier gut shirt blutze mit dem kann ich zwar aktuell nichts anfangen wenn ihr das ist gerne reinschreiben Kabelhut die Munition lehmige Erde Patronenhülsen das ist so ein Schraubenschlüssel ein Schraubenschlüssel jetzt können wir theoretisch Teile abbauen das ist gut die Trabpulbe eine Lederkapuze Hühnersuppe Hühnersuppe mal gucken meine verbrauchendes Glas Blei Sand leere Dose Maschine Stofffetzen Pfeil lassen wir drin V-Raparature Federn kleine Ausreparature Keule falls wir mal brauchen sollten so schrotten das werden wir mal voll machen das werden wir mal das schon der Wahnsinn Hühnersuppe Warte das hat mir Regen achso Dauerwert oder später Flut Faktion da rein ich wollte mal schauen die meine Werte sind Wasser ist gut Nahrung ist auch gut Ausdauer kann besser sein aber gut es geht 16 mal gestorben Zombie-Kills also das Verhältnis ist schon doch nicht besser geworden dank dieser guten Axt ich wollte was herstellen und zwar Reparatur-Kit dazu brauchen wir Eisen Klebeband Rezeptel für unseren Feuerachs und Wasser wahrscheinlich wenn sie kaputt gehen sollten davon gehe ich mal aus jetzt bei einer zugekleiden macht er gewohnheit heute Nacht wenn wir so so überleben wenn der Blutmond kommt eine Axt reicht eigentlich Acht können wir reparieren ach so ach ja gut okay Wollt ihr eigentlich nicht Wollt ihr eigentlich nicht gut dann lernen wir was wir können was lernen so jetzt fragt sich nur was ist wichtiger kraft habe ich noch nichts doch da oben habe ich nicht habe ich schon mal gemacht habe ich schon mal gemacht Waffe sagt nix ach mehr Gepäck tragen Masterchef ja Masterchef ja aber das habe ich mal gemacht aber das habe ich mal gemacht bis jetzt wenn der Diftantus hoher war Bully geht nicht das geht nicht ich habe Punkte oder habe ich jetzt Level 1 ne blicke aber nicht durch ich wollte mal rüber gehen und da nochmal na geht schon schneller ne keine Zeit mehr ja ein wenig zu blöd dazu alles alles was es so etwas an 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 da war noch was ich war mir noch nicht fertig no jo Das war's für heute. Wir schrotten was hier. Hm, glaube ich, Spiritus. Rezepte Spiritus. Also brauchen wir nicht. Noch eigentlich gefunden. Hey. Oh ja. Äh, 5. Wenn man nicht ganz sicher jemanden brauchen kann, aber ich glaube schon. Das muss ein Sender sein, das muss aber sein. Oder Empfänger. Was für die Teile sammle ich da ein? Was für die Teile ist, was für die Teile ist, was für die Teile ist. Du, Bruder, Hund, du. Ich glaube, hier können wir was lernen. Was? Atomic Teagle Paths das ist ein spiritus kein rezept so ein bisschen ressourcen die steine raus können wir stärken theoretisch das ist voll satt gefüllt das ist voll satt gefüllt Na gut, ich denke hier oben war alles. Denk ich mal. Kostarft kægne von. ein toller hochschlafen ne bringt ja auch nichts das war es jetzt mal immer wieder an den sachen vergessen haben weitergehen so 13.50 hier haben wir noch ein bisschen was vor uns so aus haben wir geben so nachbaraus vortreten dazu wir suchen noch einen guten gute schaufel garage ein guter eingang ja geht auch gar nicht so viel ja 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 Blaubeeren! Blaubeeren! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mann! Wir lernen! wenn wir geschafft haben und immer zurück wir entledigen mit den ganzen Krimskrams denn lassen wir ein bisschen austoben ich bringe mir mein Zeug zurück und dann können wir weiter sehen ja, ja, ja oh putter hier muss ich erwarten haben, reinwerfen, gutes so hier wurde die reingefallen oder reingelatscht so und haben wir schönes Stofffetzen Spiritus Pflastersteine was zu essen Wasserkrug Papier ein bisschen Geld ist das aber drinnen oder nicht ich habe es auch irgendwo schon gehabt leere Dose Blei Rohstoffe Heidelbeeren die habe ich gerade gefunden Hose jetzt können wir die Teile demontieren und somit sind wir besser in der Lage entsprechend anzuwenden beziehungsweise wir haben hier Teile zum so ich komme wieder ich war auch nicht fertig ich muss ein bisschen rausholen alles alles gut machen wir gleich erst mal noch kurz unterbrechung ich sage mal tschüss um den Winkel tschau tschau ich danke aufs Reinschauen vielleicht sehen wir uns zunächst Folge wieder ich sage mal tschüss bis dann tschüss tschüss tschüss